Hier im Camp leben ungefähr 65.000 Jesiden, die geflohen sind von den IS-Schergen, die 2014 das Sinjar-Gebirge angegriffen haben. Viele von den Jesiden hier, von den Flüchtlingen, haben keinen Unterhalt, bekommen nichts gezahlt und sind deswegen in einer sehr schwierigen Lage. Ihre Zelte sind auch nicht wirklich stabil im Winter, deswegen wollen viele so schnell wie möglich weg von hier. Sie hoffen, dass das Sinjar-Gebirge auch bald befreit wird, was aber immer noch nicht der Fall ist. Und sie fühlen sich auch nicht wirklich von der kurdischen Regierung ernst genommen. Messe Jenggadi wohnt hier im Flüchtlingscamp. Er war Fernsehjournalist und hat dann seinen Job verloren, als er flohen musste von den IS-Schergen. Und jetzt lebt er hier im Camp, in Hanke-Camp, wie 65.000 andere. Und er kann nicht für seinen Fernsehkanal arbeiten, die verbieten ist. So, das ist deine Wohnung. Okay. Das Hanke-Flüchtlingscamp ist in der Nähe von Dohuk, ungefähr 40 Kilometer von Mosul entfernt. Hier leben hauptsächlich die Jesiden. Das Lager wurde extra für sie aufgebaut. Sie mussten, bevor sie hier unterkommen konnten, in den Straßen schlafen. Sie hatten gar nichts. Viele mussten von einem Moment auf den anderen aus dem Sinjar-Gebirge fliehen und schlagen sich hier durch. Sie haben keine festen Unterkünfte. Wie man sieht, alles nur provisorische Zelte. Die sind für den Winter nicht unbedingt gedacht. Und deswegen wollen auch viele schnellstens hier wieder weg. Sie haben einfach keine Perspektive, können auch zum Teil gar nicht arbeiten und werden von der kurdischen Regierung im Prinzip im Stich gelassen. Musik